Servus liebe Leute, heute eine kurze Folge ihr seht links unten Magical Chest. Pascal hat auch mal wieder Glück gehabt. Muss doch, muss doch. Aber heute werden wir sie leider noch nicht öffnen. Tut mir leid. Heute gibt es erst noch eine Folge. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt so eine Magical Chest oder so eine Super Magical Chest zu bekommen? Wie gesagt, das lässt sich nicht genau klar vereinbaren, wie die Prozentzahlen sind. Das lässt sich streiten, ob die stimmen oder nicht. Aber ich habe jetzt mit eigenen Erfahrungen festgestellt, dass man häufiger Magical Chests bekommt in den niedrigeren Regionen. Wieso jetzt in den niedrigeren Regionen? Ja, weil man da in den Magical Chest nicht so viel rausbekommt. Sehr klar. Hier bekommt ihr zwei epische 17 seltene raus. Und bei der Super Magical Chest ist 17 epische. Daher schließe ich mal drauf, dass Super Selt es ungern raus gibt. Deshalb je höher die Arena ist, desto unwahrscheinlicher kriegst du so eine Truhe. Kurze Dings in der Leitung. Ne, Spaß. Ja, deshalb schließe ich draus, dass ihr, wenn ihr eine Magie oder Super Magie Truhe in einer höheren Liga bekommt, dass es wesentlich seltener ist. Wie zum Beispiel Liga 3, 4. Das kann natürlich sein, da da weniger Karten drin sind und es halt komplett unterschiedlich ist. Nehmen wir mal an den Kerle. Keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht gibt es auch eine Runde Cash for Clash gleich. Muss ich gleich schauen. Was hat denn der für ein Profil? Ja, sieht ganz gut aus. Aber was ich eigentlich sagen wollte. Das ist natürlich auch unterschiedlich. Das sind jetzt meine Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel mehr Magical Chests bekommen, wo ich eine niedrigere Liga hatte. Kann natürlich sein, dass ich das jetzt länger hatte und daher das Empfinden habe. Aber meiner Meinung nach ist es nicht so. Wie gesagt, ihr könnt mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und in der nächsten Folge werden wir natürlich die Magical Chests öffnen. Wollt es ein bisschen in zwei Parts splitten. Tut mir leid, müsst ihr halt noch einen Tag auf die Magical Chests warten. Für mich ist das jetzt zehn Sekunden später so gehöhlt, wenn ich das Video wieder aufnehme. Aber sorry, es muss einfach sein, weil ich das kurz noch loswerden wollte. Ja, das war es eigentlich schon von dem Video. Und wenn ihr ein Video sehen wollt, wie häufig epische Karten vorkommen, dann schreibt es mal rein. Lasst ein Like da, dass ich sehe, dass ihr sowas sehen wollt. Und ich würde sagen, haut mal kräftig rein. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.